Hallo und herzlich Willkommen bei Labbadia123. Viel Spaß mit dem Video und genießt es. BMX Park 2. Play now. Oh Gott. So, Justin Hansen ist wieder kerngesund. Dann wollen wir mal. Oh Gott. Hier runter. BMX Park. Jawohl. Ah. Gut gerettet. Jetzt hier rüber. Jawohl. Wir müssen rasant fahren. Jawohl. Super. Oh Gott. So schnell. Nice. Nein. Okay. Ich muss den Ingulf hier halten. So heißt er. Ingulf, Justin Hans. Und sind im Ziel. Immerhin mal ein leichtes Level zur Abwechslung. Wunderbar. Ops, Curse. Mhm. Können wir hier so ein bisschen runterscrollen. Also hier kommen noch so viele Level hier wie man sehen kann. Das ist unglaublich wie viele Level es hier gibt. Also hallelujah. So aber jetzt. Ops, Curse. Ähm. Welcome. Your goal is to survive. Fahr mal langsam rüber. Oh Gott. Ja. Oh ja. Oh ja. 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 Komm. Das schaffst du. Nein. Nicht zurück. Nein. Okay. Müssen wir rasant drüber. Aber da oben sind Nageln. Ich weiß nicht. Okay. Ja. Wir müssen rasant drüber. Ähm. Gut. Okay. Da ist ein bisschen Ketchup. We start Level. So. Auch ein neues. Rasant. Rasant. Gerade so geschafft. Schön. Was seid ihr für fliegende Waffen? Okay. Justin Hans hat eine leicht Probleme. Boah. Ihhh. Was hängt da raus? Ihhh. Ist das der Darm? Ihhh. Ihhh. Alter. Ihhh. 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 Boah. Holy. Schnell wie start. Holy. Hahaha. Ihhh. Alter. Oh Gott. Äh. Ja. Gut. Alles klar. Ist aber auch schwer. Gucken wir mal. Jetzt. So. Jawoll. Okay. Ja. 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 Jawoll. Oh. Wir werden beschossen. Uah. Boah. Okay. Ist nur. Ist nur. Röcke. Nein. Hier kommen wir nicht raus. Be extremely careful. Ja. Schön. Dass man das jetzt erst lesen kann. Okay. Wir starten neu. Weil ich glaube da kommen wir nicht mehr raus. So. Rasant. Bissen anheben. Jawoll. Wunderbar. Wunderbar. Ah. Iiii. Ist er tot? Ich hoffe nicht. Nein. Ich kann noch fahren. Ich kann noch fahren. Ich kann noch fahren. Ich kann noch. Nein. Oh. Es war schon wieder knapp. Harpoon ahead. Wir müssen eine Harpoon hier. Okay. Die visiert gezielt auf den Kopf. Aber. Wir leben noch. Ich kann der noch nehmen. Nice. Keep going. Ja. Oh Gott. Wuhuuu. Hahaha. Gut. You're almost here. Yes. Alter. Wie alles da unten raus hängt. Ah. Nein. Oh no. Aber ein Ziel. Wunderbar. Ah. Hat doch Spaß gemacht. Nach Anfängen. Oh. Ich habe Restart gemacht. Ne. Restart wollte ich jetzt nicht. Ich bin ja schon im Ziel. So. Das war Obst Curse. Kann man hier scrollen? Man kann nicht mit der Maus scrollen. Das heißt man muss wieder so machen. Okay. So. Jetzt muss ich ein bisschen hoch scrollen. Sekunde. Halt. Halt. So. The Banana Peel. Okay. Dann let's go. Mal gucken was mich hier erwartet. Eine übliche Straße. Okay. Wir fahren mit dem Justin Hans. Da telefoniert einer mit seinem Lamborghini. Oder was auch immer das ist. Hier ist die Banane. Langsam. Step step. Ähm. What? A banana peel. Pick up before something hurts. Alright. Alright. Shut up. Ähm. What? Äh. Wo sind wir denn hier? Wir sind in einem Labor. Okay. Ähm. Sag jetzt nicht. Ähm. 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 Was passiert? Sie sollen die junge Frau nicht begatten hier. Mit ihrem Fahrrad oder was auch immer. Jawohl. Erstmal zurück. Jawohl. Dann nehmen wir Anlauf. Beziehungsweise Anfahrt. Und jumpen rüber. Mal gucken, ob wir es schaffen. Ähm. Let's stop. What? Bananenschale. Nimm es auf, bevor sich jemand verletzt. Alles klar. Klappe. Ich mach das schon. What the hell? Also wo sind wir hier? So. Hier müssen wir rasant. Jawohl. Okay. Wir sind durch. Secret Lab. Alles klar. Oh, Justin Hunt hat sich verletzt. Ne. Der Fahrer hat sich verletzt. Oh, der hängt da mit seinem Bein. Ist ja da gerade so ein Zitteranfall da oder so. Alter. Okay. Fahren hier rüber. Oh. Oh. Ich könnte jetzt ganz böse sein. Das mach ich jetzt aber nicht. Weil die Welt schon schlimm genug ist. Oh. The day. Oh. Oh. Die Arme. Hat so einen Leidensweg durch. Was steht hier? Sorset. Okay. Okay. Das Bein ist jetzt ab. Sehr gut. Wir können wieder besser fahren. Entschuldigung. Ich will sie nicht belästigen. Aber ich glaube. Es will. Äh. Ähm. Gut. Das Fahrrad wollte mal ein gratis Lapdance gehen. Nein. Oh Gott. Alter. Was war gerade mit dem Fahrrad los? Einfach einen kleinen Anfall oder so. Keine Ahnung. So. Fahren hier raus. Hier. Bäh. Haben wir den Helm weggechancen? Nein. Hier rüber. Ah. Jawohl. Jetzt hier hoch. Komm. Hier hoch. Komm mit Schwung. Mit Schwung. Ja. 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 Jawohl. 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 Wuhu. Ideal. Ah. Ah. Was seht ihr? Ah. Nein. Wir sind tot. Ah. Tschüss. Aston Hans. Komm. Heile Arten. Alter. Aber was war das mit dem Fahrrad? Hier. Das Item hier genauso. Dancen die alle? Oder was ist hier los? Shut up and dance oder was? So. Einmal versuche ich es noch. So. Jetzt kommt natürlich die Sequenz hier nochmal. Da kann ich leider nicht skippen oder so. Und wenn es nicht klappt, gibt es ein weiteres Level. Aber an sich ist es ein cool Design, finde ich. So. Jetzt sind wir im Labor. Geben sofort Vollgas. Jawohl. Das haben wir schon mal geschafft. Wuhu. 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 Oh Gott. Wuhu. Entschuldigung. Ich muss mal kurz vorbei. Voll im Aufzug reingecrasht. Gut. Aber dann sind wir schon mal hier beim Aufzug. Wuhu. Wupp. Nein. Ah. Schade. Okay. Schade. Okay. Da ist irgendwas durch den Reifen hier kaputt gegangen. Aber naja. Gut. Exit to Menu. Aber es macht trotzdem Spaß. So. Speedbridge würde ich noch mitnehmen heute. In dieser Session. Achtung. Das im wahrsten Sinne ist vorher so ein Speedbridge. So wie es hier schon runter geht. Justin Hans war schön, dich gekannt zu haben. Wui. Wohu. Wohu. Gut gefahren. Oh Gott. Noch mehr Speed. Wuhu. Okay. Jetzt ist die Brücke kaputt. Jawohl. Jawohl. Ja. Nein. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Da nochmal in diese Richtung zu lenken. Okay. Aber das kann man eigentlich schaffen. Let's go. In Golf und Justin Hans. Auf eine Abenteuerreise. Jetzt lass es mal so. Jawohl. Schön. Das haben wir schon mal raus. Wir sind schon mal weiter. Schön. Wieder Speed. Wieder Speed. Ich gebe gerade einfach nur gerade. Okay. Da kommen wir nicht hoch. Okay. Okay. Fangen. 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 Jawohl. Schön. Wuhu. Tschü Animo. Boah. Leben wir noch? Wir leben noch. Außer dass das Bein sich da festhängt. Ne. Gar nicht wahr. Das Bein hängt da irgendwie noch. Aber da kommen wir nicht mal hoch. Wuhu. Wuhu. Das Bein ist jetzt ab. Aber es bringt nichts mehr. Ah. Aber das kann man irgendwie schaffen. Ich versuch's nochmal. Ich geb das nicht auf. Zumindest paar Runden probier ich. Und wenn's denn nicht klappt. Dann kommt eine andere Map. Okay. Das war ein bisschen schwierig. Aber wir haben's nur am Griff. Jetzt wird Tempo aufgenommen. Nur geradeaus. Warum fährt der so langsam? Der fuhr da auf einmal so langsam. Der fuhr gar nicht so schnell. Okay. Wir leben zwar noch. Aber da soll's natürlich nie lang gehen. Der war auf einmal so langsam. Das hat mich gerade selbst ein bisschen irritiert. So. Der fährt gar nicht schneller. Oder doch? Jetzt? Jetzt vielleicht? Ja. Ja. Wuhu. Jawoll. Wunderbar. Schön. Jetzt wird Tempo aufgenommen. Jetzt wird's richtig rasant. Jawoll. Gut gefangen. Wieder. Oh. Jawoll. Oh nein. Wir leben noch. Wir leben noch. Alles gut. Alles gut. Ja. Jawoll. Da sind wir im Ziel. Hat doch gar nicht mehr so viel gefehlt. Aber das hat Spaß gemacht. Schön rasant. Das hat Bock gemacht. Muss ich wirklich sagen. Mega Spaß. Beim nächsten Mal. Geht's auf alle Fälle hier mit Pre-History-Pilgrim weiter. Pre-History-Pilgrim. Mhm. Alles klar. Ab Moderations, lovey. Du weißt wie immer, was zu tun ist. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.